Morgen beginnt Yom Kippur, der wichtigste und heiligste Feiertag im Judentum und ein Tag der Selbstbesinnung und Sühne. An Yom Kippur fastet man 25 Stunden lang und bittet um Vergebung, bevor das Buch des Lebens für das nächste Jahr besiegelt wird. Mehr als jeder andere Feiertag bietet Yom Kippur die Möglichkeit für Versöhnung. Das muss nicht nur die Versöhnung innerhalb der eigenen Gemeinschaft sein, sondern kann auch jene beinhalten, die man als Feinde sieht. Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres haben sich Feindschaften zwischen Israelis und PalästinenserInnen, JüdInnen und MuslimInnen und Menschen mit verschiedenen politischen Haltungen verschärft. Die gesellschaftliche Polarisierung um den Nahostkonflikt erleben wir auch bei uns in Europa. Diejenigen, die wir als Feinde sehen, diffamieren wir und versuchen, sie zum Schweigen zu bringen. Zunehmend geht die Fähigkeit, einander in Diskussion zuzuhören, verloren. Mit der jüdisch-arabischen Friedensinitiative Standing Together Vienna versuchen wir, Räume für Diskussion zu schaffen und der Versöhnung näher zu kommen. Wir sind eine gemischte Gruppe jüdischer und arabischer Herkunft, die sich weigert, einander als Feinde zu sehen und sich gemeinsam für ein Ende des Krieges und eine gerechte, friedliche Zukunft in Israel-Palästina und im ganzen Nahen Osten einsetzt. Diese Arbeit für den Frieden ist in diesen Tagen wichtiger denn je. Sie ist nicht immer reibungslos, aber sie funktioniert, weil wir einander mit all unseren Differenzen annehmen.